Hey meine Lieben und Willkommen zu einer neuen Ausgabe von InstaTalk. Gebt dem Video schon mal einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Jasmin Azizam und Baris Storys sind getrennt, doch was passiert mit dem Schmetterlingspartner-Tattoo von den beiden? Zufällig haben beide am selben Tag eine Fragerunde gestartet und beantworteten diese wichtige Frage. Jasmins Community fragte, bleibt das Schmetterlings-Tattoo? Ja, die haben für mich mehrere Bedeutungen. Eine ähnliche Frage kam auch von Baris Storys Community. Lässt du das Schmetterlings-Tattoo? Nein, das wird dieses Jahr noch überstochen. Diese Antwort hat natürlich Jasmins Community mitbekommen, sodass es wieder Thema bei Jasmins Fragerunde war. Baris wird es überstechen, wieso du nicht? So, da diese Frage jetzt öfter kam, finde das überhaupt nicht schlimm, Smiley, kann jeder machen, wie er möchte. Ich persönlich verbinde einfach viel mehr mit diesem Tattoo, weswegen ich das nicht überstechen werde. Was denkt ihr, weswegen Jasmin dieses Tattoo behalten möchte? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Das war es auch schon von mir. Falls euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal bei Insta Talk.